Hallo und herzlich willkommen! Es grüßt euch die Kräuterhex. Heute bin ich im Wald unterwegs und auf meiner Lieblingswiese und ich hoffe, dass ich Frühjahrskräuter entdecke wie Brennnesselspitzen oder Scharboxkraut. Ich möchte mir nämlich einen Smoothie gegen Frühjahrsmüdigkeit zubereiten. Jetzt nehme ich euch mal mit und ich bin gespannt, was wir alles entdecken. Bis gleich! Und da haben wir schon die Brennnessel. Sie sind noch ganz klein, aber ich brauche auch nur ein bisschen für meinen Smoothie. Und ich nehme nicht immer alles von einer Pflanze, da sie ja jetzt erst wachsen möchte. Und da möchte ich jetzt nicht alles hier abgrasen. Und so gehe ich von Pflanze zu Pflanze und nehme mir nur ein paar kleine Triebspitzen. Ich hoffe, ihr könnt im Hintergrund die Vögel zwitschern hören. Das ist gigantisch, was hier abgeht. Die sind voll in Frühlingsstimmung. Und ich habe mit Frühjahrsmüdigkeit zu kämpfen. Okay, jetzt schauen wir mal. Da unten ist ein Gewässer und da gibt es bestimmt Brunnengrässe oder die Bachbunnen. Da gehen wir mal hin. Auf jeden Fall. Die Brunnengrässe ist dabei. Was wir noch haben, ist hier. Das zeige ich euch mal ganz genau. Hier. Den muss ich euch mal, wenn der Bärlauch wächst, ganz genau erklären. Das ist der giftige Aronstab. Und der wächst nämlich ganz gerne zwischen den Bärlauchblättern. Und die meisten wollen immer den Bärlauch sammeln und haben Angst vor Maiglöckchen oder sowas. Aber es ist auch der Aronstab, der dazwischen wächst. Aber da warte ich mal im Frühjahr, bis der Bärlauch wächst. Und dann zeige ich euch ganz genau, wie ihr das erkennen könnt. Hier ist er auch noch mal. Und hier. Hier haben wir die Bachbunge. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Aber wichtig immer aus fließendem Gewässer, niemals aus stehendem Gewässer. Und mindestens dreimal waschen. So, daheim noch mal ganz gut waschen. Aber ich weiß, dass das hier ein sauberes Gewässer ist. Hier ist Wasserschutzgebiet und da kann ich mir schon was mitnehmen. Das wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Und zwar wächst hier wilder Schnittlauch. Ja, es wächst im Wald Schnittlauch. Also, manche wollen es nicht glauben. Man braucht ihn nicht im Garten anpflanzen. Er wächst auch in der freien Natur. So, ich habe es gefunden. Das ist das Scharboxkraut. Und das hat ganz viel Vitamin C. Das brauche ich unbedingt für meinen Smoothie. Und zwar heißt es Scharboxkraut. Und das darf man aber nur sammeln, wenn es noch nicht geblüht hat. Es blüht gelb. Das zeige ich aber euch dann, wenn das soweit ist. Dann sollte man es nicht mehr verspeisen. Aber solange es noch nicht in der Blüte ist, ist es eines der Vitamin C reichsten Frühlingskrauter, die im Frühjahr kommen. Und früher hatten die Seefahrer diese Scharboxkrautkügelchen, diese Knötchen in der Erde. Das nennt man auch Erdgerste. Das zeige ich euch. Hier sieht man es zum Beispiel. Diese kleinen Körnchen, das sind die Wurzelknollen. Und die haben die gesammelt und eingelegt und haben die in Fässer mit aufs Schiff genommen, damit sie nicht an Skorbut erkranken, weil da so viel Vitamin C enthalten ist. Das ist ganz interessant. Also hier diese kleinen Körnchen haben die gesammelt. Und besonders bei heftigen Regenfällen hat es die dann hervorgeschwemmt. Deswegen sieht man es auch hier so gut, weil jetzt die Schneeschmelze da ist. Und jetzt kommen die richtig an die Erdoberfläche. Und die kann man auch essen. Aber ich sammle jetzt die Blätter und die kommen in meinen Smoothie. So, nun zu Hause angekommen, möchte ich mit euch diesen Smoothie zubereiten. Und zwar könnt ihr Früchte eurer Wahl hineingeben. Ich habe jetzt hier als Beispiel, gebe ich jetzt eine Kiwi hinein, den Saft einer Zitrone, dann etwas Mangostücke, eine Banane, dann habe ich hier Hagebuttenpulver und hier hinten habe ich Ingwer und Kurkuma, etwas Wasser, die Zitronenmelisse. Und hier habe ich meine Kräuter. Ich habe jetzt die Zitronenmelisse deswegen, da ich nicht so viele Kräuter gesammelt habe. Denn das hat folgenden Grund, wenn ich im Frühjahr wieder anfange mit Wildkräutern und ich nehme gleich eine ganze Hand voll, dann ist das zu viel. Diese Wildkräuter sind so stark entgiftend, dass man dann Entgiftungserscheinungen bekommt, wie Kopfschmerzen oder Übelkeit. Deswegen fange ich immer mit einer kleinen Menge an und steigere dann das Ganze. Und die Zitronenmelisse, die gebe ich mit hinein, weil die auch eine stimmungsaufhellende Wirkung hat. Sie ist auch antiviral, hilft bei Herpes und bei Grippe. Sie steigert nicht nur das Immunsystem, sondern auch die mentale Leistungsfähigkeit, da Acetylcholin enthalten ist. Und das fördert, dass Denkprozesse im Gehirn schneller ablaufen. Also das Gedächtnis kann so besser funktionieren und ideal jetzt gerade für so einen Frühjahrssmoothie gegen die Frühjahrsmüdigkeit ist auch die Zitronenmelisse so stimmungsaufhellend. Und eine wunderbare Pflanze, um dem Gedächtnis ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. So, nun starte ich mal. Ich gebe jetzt mal alles hinein. Dann die Mangos. Wenn ihr den Smoothie etwas cremiger haben wollt, dann gebt ihr gefrorene Früchte hinzu. Und da gibt es ja auch diese Smoothie Bowl, die man machen kann. Da gibt man nur gefrorene Fruchtstücke hinzu. Da könnt ihr auch vorher die Banane einfrieren. Vielleicht mache ich da auch mal noch ein Video drüber. Das macht gar nichts, wenn ihr die Zitronenkerne mit hinein gebt. Da sind Bitterstoffe drin, die sind sehr gesund. Dann kommt noch die Banane rein. So. Dann gebe ich noch ein bisschen was von der Zitronenmelisse. Ah, wie die duftet. Also herrlich. Schon alleine die Duftstoffe machen einen glücklich. Sind stimmungsaufhellend. Also ist wirklich sagenhaft. So. Bisschen Wasser. Dann kommt das Kurkuma mit rein. Ihr könnt auch, wenn ihr keine Kurkuma-Wurzel habt, könnt ihr auch das Pulver mit rein geben. Aber ich hole mir immer ganz frisch aus dem Biomarkt die Wurzeln. Das riecht auch ganz lecker. Und ich nehme die auch ganz normal als Tee. Einfach mit heißem Wasser überbrühen. Eine super Sache. Jetzt wird das Ganze mal püriert. Kleinen Moment. So, nun ist er fertig. Das Ganze noch schön garnieren. Und dann könnt ihr euch das schmecken lassen. Ich genieße jetzt meinen Smoothie. Und bis bald zum nächsten Video. Und bis bald zum nächsten Video.